Herzlich Willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Es gibt Neues aus dem Universum. Genau genommen gibt es sogar zwei wunderbare Nachrichten. Zum einen betrifft es das James Webb Space Telescope, das jetzt endlich ein Bild erstellt hat vom Adlernebel, genauer genommen von den Pillars of Creation, von den Säulen der Schöpfung, mit der NearCam, also so im nahen Infrarot. Und ich hatte von Anfang an darauf gehofft, stillschweigend war ja die Hoffnung groß, dass vielleicht schon bei den ersten Bildern beim First Light eine Aufnahme jetzt davon zu sehen wäre. Aber sie haben uns auf die Folter gespannt und jetzt ist es soweit. Möchte ich Ihnen unbedingt zeigen. Dann gibt es noch eine zweite Sache. Dazu mehr am Ende des Videos. Am besten fliegen wir direkt mitten rein in den Adlernebel. NGC 6611 oder IC 4703 oder der populäre Name Adlernebel. Mindestens 6500 Lichtjahre, so Richtung Sternbildschlange. Genau genommen sind es gleich mehrere Objekte, die hier gerne ein bisschen schlampig unter einem Oberbegriff zusammengefasst werden. Da ist zum einen ein heißer Emissionsnebel, eine H2-Region, also ionisierter Wasserstoff. Elektron ist weg. Auch molekularer Wasserstoff liegt vor in Form von Dunkelwolken. Zusammen mit Silikat und Kohlenstoffpartikeln gibt es hier ganz ausgeprägte Säulen und auch ein offener Sternhaufen. Da ist also Sternen schon die Geburt geglückt erfolgreich und es ist gebräuchlich, das Ganze unter diesem Adlernebel zusammenzufassen. Was wir sehen, ist jetzt erstmal die beeindruckende Formation der Säulen, der Schöpfung, der Pillars of Creation, wie man sie nennt, weil dort in diesem Staub, in diesem Material, sich die Entstehung neuer Welten vollzieht. Dort kollabiert der Staub unter seiner eigenen Last und formt neue Sterne und neue Planetensysteme mit den Sternen zusammen. Wir sehen Wasserstoff und Stickstoff grün, Sauerstoff blau und Schwefel orangefarben in diesem Bild. Die Wolken selber, die sind jetzt undurchlässig für das Licht. Das sind Silikate, Kohlenstoffpartikel. Deshalb erscheinen sie uns dunkel. Und genau hier kommt jetzt das James-Webb-Teleskop ins Spiel, weil natürlich der Wellenlängenbereich, das nahe Infrarot, der NearCam, bestens geeignet ist, sich vorbei zu schmuggeln an diesen Molekülen und einen Blick in die Wolke hinein zu ermöglichen. Damit lässt sich bestens verifizieren, ob unsere Theorie wirklich stimmt, ob die Wolke wirklich unter ihrer eigenen Last kollabiert und hier Sterne im Inneren entstehen. Und jetzt sehen wir eben diese Sterne. Auch Hubble und das Spitzer-Teleskop hatten bereits Aufnahmen hier im nahen Infrarot geliefert. Aber diese Detailtreue, diese Auflösung, das ist natürlich bisher nicht möglich gewesen. Wenn wir hier gemeinsam über diese wunderbare Formation fliegen, dann muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, wie unvorstellbar groß diese Säulen sind. Die gesamte Höhe beträgt ungefähr neuneinhalb Lichtjahre. Der obere Teil, die Säulen selber, ungefähr fünf Lichtjahre hoch. Das heißt, jedes kleinste Futzelchen, das Sie da sehen an den Rändern, diese kleinen Globuli, wie man das nennt, die sind alle größer als unser Sonnensystem. Also hier sind neue Welten am Entstehen. Hier beginnt vielleicht die Geschichte einer völlig neuen Zivilisation. Zumindest die Geschichte neuer Sternensysteme und neuer Planetensysteme. Ob sich dann auf dem einen oder anderen Leben bilden wird, das weiß noch niemand. In jedem Falle finde ich es wunderbar, diese Bezeichnung Säulen der Schöpfung. Das trifft es schon wirklich sehr gut. Auf diesen neuen Aufnahmen der Near Cam, da sieht man jetzt auch wunderbar diese Bow Shocks. Das ist also der Ort, an dem diese Jets, diese Überschalljets dieser jungen entstehenden Sterne, die darauf angewiesen sind, einen Drehimpuls hier abzubauen, Material nach draußen zu beschleunigen, entlang dieser elektromagnetischen Feldlinien. Und diese Jets, die interagieren dann mit der dicken Suppe drumherum, mit diesem Material. Und das sieht man jetzt hier an den Spitzen, wenn Sie genau hinschauen, das so Lava-Batzen-artig, sieht man hier diese Verdichtungen, dieses Aufheizen des Materials. Um die Säulen der Schöpfung herum, da sieht man jetzt auch viel schöner noch, die Sterne herausgearbeitet. Es sind tatsächlich Sterne, die man hier sieht, also nicht etwa weit entfernte Galaxien im Hintergrund. Dafür ist dann doch die Suppe zu dick hier. Diese Molekülwolken, die dann doch so eine Art Vorhang, einen optisch undurchdringbaren Vorhang, hier herunterlassen. Und dann sieht man zwar die Sterne noch ein Stück weit, auch innerhalb dieses Materials. Dafür ist ja gerade diese Wellenlänge, dieses Infrarot so gut geeignet, weil es in der Lage ist, am Staub sich so ein bisschen vorbeizuschummeln. Dann werden die Sterne wunderbar herausgearbeitet, aber eben dahinter tatsächlich nichts mehr. Diese Sterne, die sind teilweise auch nur ein paar hunderttausend Jahre alt. Da sind also viele noch im Entstehen begriffen, werden noch Millionen von Jahren benötigen, bis sie so ein ausgewachsener Stern überhaupt werden. Hier nochmal der direkte Vergleich. Links die Aufnahmen des Hubble Space Teleskops und rechts das neue Flaggschiff im Infraroten. Die erste und berühmte Aufnahme von Hubble, die liegt schon eine Weile zurück. Das war 1995. Und eine weitere wurde dann 2014 gemacht. Und allein diese Differenz reicht schon aus, um Veränderungen in diesen Bildern festzustellen. Weil diese Chats, von denen ich gesprochen hatte, diese gerichteten Partikelströme, die hier stattfinden, um Drehimpulse abzubauen und um Material entlang dieser magnetischen Vorzugsrichtungen jetzt loszuwerden, die sind so schnell. Das Material wird unglaublich beschleunigt. Hier wurde ein Objekt festgemacht. Das finde ich absolut faszinierend. Man sieht jetzt hier die Vergrößerung aus diesem ersten Bild, das ich Ihnen gezeigt hatte. Nur diese Vergrößerung jetzt, dieses Viereck hier nochmal, höher aufgelöst. Und darin sehen Sie jetzt zwei Pfeile, die jeweils die Position eines Chats kennzeichnen. Der Jet kommt von unten herein ins Bild. Und das Ende ist jetzt hier jeweils mit diesem Pfeil gekennzeichnet. Und da sehen Sie die Differenz von 1995 bis 2014. Dieses Stück, das hat tatsächlich der Jet in der Zwischenzeit schon wieder zurückgelegt, weil er mit der wahnsinnigen Geschwindigkeit von 724.000 Stundenkilometern unterwegs ist. 724.000 Kilometer pro Stunde rast dieser Jet, wodurch er ihn dann in dieser Differenzzeit eben hier stolze 96 Milliarden Kilometer zusätzlich hier zurückgelegt hat. Die Teile sind flott unterwegs, würde ich mal sagen. Seither sind ja wieder ein paar Jahre vergangen. Deshalb muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das allererste, was ich gemacht habe, war in das Bild hinein zu zoomen und zu schauen, sieht man denn diesen Jet und wie viel ist er denn weitergekommen? Welches Stück hat er denn wieder zurückgelegt seit der letzten Aufnahme? Und tatsächlich sieht man hier wunderbar, wie dieser Jet sich nach draußen bohrt und wie er wieder mal ein kleines Stück zurückgelegt hat in der Zwischenzeit. Grandios und eigentlich unvorstellbar, dass wir Menschen, die wir auf einer Skala von einem Jahrhundert leben, dass wir überhaupt in der Lage sind, Veränderungen da draußen in dieser Form nachzuvollziehen und wahrzunehmen. Ich finde das extrem beeindruckend an diesem Nebel. Darüber hinaus wurden auch Infrarotaufnahmen gemacht vom Spitzer-Teleskop 2007 und dabei konnte dann auch ein heißer Bereich klar herausgearbeitet werden. Eine Emissionswolke. Und das scheint das Relikt einer Supernova-Explosion zu sein. Die könnte bei uns sichtbar gewesen sein so vor 1.000 bis 2.000 Jahren. Jetzt muss man natürlich noch dazu rechnen, dass wir ja mindestens 6.500 Lichtjahre entfernt sind. Also die Zeitverschiebung, die haben wir jetzt immer gegenüber dem Nebel. Muss man also noch entsprechend zurückrechnen. Es könnte also gut sein, dass diese Supernova, die diesen Emissionsnebel, diesen heißen Bereich, erzeugt hat, dass die schon längst diese ganze Erscheinung zerblasen hat, mehr oder weniger. Wie so oft, das hatten wir ja beim Pferdekopfniebel schon gesehen, dass wir eben eine Momentaufnahme hier vor uns haben und wer weiß, wie das Objekt jetzt aus dem Raumschiff vor Ort wirklich aussehen würde. Die Pillars of Creation waren wohl auch mal ein großer zusammenhängender Bereich aus Material und wurden dann im Zuge dieser Supernova schon ein bisschen geformt überhaupt. Die Strahlung interagiert auch mit dem Nebel. Man sieht auch, wie diese heiße Wolke, wenn Sie sich mal die Ränder anschauen der Formation dieser Säulen, dann erkennen Sie, wie hier schon Material sich ablöst. Das wird erhitzt und kommt dann quasi auf Fluchtgeschwindigkeit und verlässt dann diesen undurchsichtlichen Bereich. Man sieht es so an den Rändern oben, wie es ausfranst. In der Reihe Einblicke ins Weltall, da hatten wir ja schon einen eigenen Beitrag zum Adlernebel insgesamt, den möchte ich Ihnen nochmal wärmstens empfehlen. Da bin ich auch ein bisschen detaillierter noch dann darauf eingegangen, wie solche Wolken überhaupt kollabieren, welche Faktoren dabei eine tragende Rolle spielen, wie die weitere Entwicklung sich darlegt. Also wer das nicht gesehen hat, bitte nachholen. Die zweite gute Nachricht betrifft ein kleines Problem. Büchlein zu diesem Universum, zur Kosmologie, zur Entstehung, zum Werden und Vergehen dieses Universums, zu seinem Inventar, zur Rolle, die wir Menschen darin spielen. All das gibt es jetzt hier. Da ist das Ding. Nach drei Jahren eigentlich kaum zu glauben, wenn man es dann mal wirklich in Händen hält. Diese unendlichen Stunden, die wir da investiert haben. Ein herzlicher Dank an den Jörn, ohne den es überhaupt gar nicht denkbar gewesen wäre. An alle, die mitgeholfen haben bei uns im Team. Wir hatten ja vom S. Fischer Verlag dankenswerterweise einen eigenen Grafiker sogar zur Hand gestellt bekommen. Zur Seite, der uns den Peter Palm aus Berlin, der uns natürlich immens geholfen hat, die ganzen Abbildungen aus einem Guss dann zu halten. 200 Abbildungen. auch intern natürlich bei uns. Der Dirk hat viel geholfen an diesen Dingen. Ich wollte selber ein bisschen Hand anlegen. Da hat mir Mustafa dann immer gezeigt, wie man effektiver hier und da mit diesen Programmen umgeht, um diese Dinge zu bearbeiten. Die Fehlersuche ist natürlich entsprechend aufwendig bei 512 Seiten, bei so einem Zielstein. Da waren der Helmut und der Rainer akribisch beteiligt, die ja bei uns mit der Webseite betraut sind. Der Eckhard Schuster hatte das Lektorat vorgenommen. Der Verlag hatte selber auch nochmal Leute angesetzt, die das nochmal durchgearbeitet haben. Wir haben Animationen verlinkt. Es gibt wieder QR-Codes, die dann direkt zu den Animationen führen, damit sie auch bewegte Bilder im Buch haben. Da war der Simon maßgeblich mitbeteiligt. Gerade wo es um diese Modelle geht, wie das Universum jetzt konkret expandiert, wie es sich entwickeln wird, wie diese Horizonte sich verändern. Für mich ist es einfach grandios, jetzt nach dieser langen Zeit dieses Gesamtwerk hier in Händen zu halten. Das ist wirklich toll. Selbst das Register, dieses Stichwortverzeichnis, das hat ein Physiker erstellt. Das merkt man einfach. Da sind die Bezüge gut. Das ist der Kim Joris Bostrüm gewesen. Die Links in Form der QR-Codes, die führen dann auf einen Server, der diese jeweiligen Animationen und Videos bereitstellt. Den hat uns der Björn zur Verfügung gestellt, der ja auch unterwegs ist und deutschlandweit die Vorträge aufzeichnet. Also Sie sehen, das ganze Team hat hier einfach zusammengestanden, um dieses Projekt zu stemmen. Aber ich will jetzt gar nicht allzu lange über das Ganze reden. Ich wollte es Ihnen einfach nur mitteilen. Es ist soweit, wir sind dabei, jetzt mit dem Versand zu beginnen. Es geht los. Im Hintergrund, da sehen Sie schon mehr Eindrücke, was die letzten Tage hier schon alles passiert ist. Dabei noch ein herzlicher Dank an den Bernhard, der im Lager all das managt. Da müssen ja immer all diese Bücher zugeordnet werden. Der individuelle Widmungstext. Viele sind ja Geschenke zu Weihnachten oder an jemanden persönlich. Dann muss das genau eins zu eins dann mit dem Adressetikett passen. Das muss entsprechend verpackt sein. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel, wie das dann am Ende aussieht, wenn die Bücher dann hier auf den Paletten fertig verpackt sind. Oder vorher hier, das ist die Fertigung, wenn diese Widmungstexte erstellt werden. Immer mit einem Begleitblatt dabei, dass das alles wirklich passt. Vielen herzlichen Dank. An alle, die mitgewirkt haben, vielen herzlichen Dank an alle, die das Buch schon vorbestellt haben, dieses Vertrauen, dem wir natürlich unbedingt gerecht werden wollen. Vielen Dank an alle, die diese Videos überhaupt anschauen hier, sonst wäre es nie zu so einem Projekt gekommen. Das war ja das auslösende Moment. Und für mich ist es eine große Bereicherung, das auch so erleben zu dürfen, diese Community, wie sie wächst, dieses Team, das wir haben, das in so vielen Bereichen einfach das umsetzt, wie ich mir das vorstelle. Das ist einfach ein tiefes Bedürfnis bei mir, mich dafür hier mal aufrichtig zu bedanken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.